Sehr schlanke Form, der Ständer, man braucht nicht Bohren an der Wand, einfach Stammständer, so zu sagen, kleine Bürste mit inbegriffen, da ist auch noch mal die lange Bürste, die Lautstärke ist normal, für Teppich, Labinat und so weiter, dann kann man, das finde ich besonders gut, als Handstaubsauger, einfach als Handfeger, der ist mit inbegriffen, in dem, in dem, in dem Korpus mit drin eingebaut, sozusagen, dann kann man das nämlich abmachen und da dran einfach, kleine Ecken und kleine, ne, kann man, so, wieder hier und so weiter, perfekt, perfekt, und so weiter. Vielen Dank.